Die Verschnaufpause war nur kurz. Zum Wochenende gibt es in den Hochwassergebieten neue Regenfälle und Gewitter und leider kann es dabei auch wieder größere Regenmengen geben. Und damit herzlich willkommen zu den Aussichten, diesmal speziell für den Süden Deutschlands. Denn dort liegt in den nächsten Tagen feuchtwarme Luft und sorgt immer wieder für kräftige Schauer und Gewitter und die Hochwasserlage bleibt demnach angespannt, denn zum einen sind die Pegel allesamt noch auf einem sehr hohen Niveau. Das sieht man hier auf der Karte an den roten Balken und zum anderen sind die Böden komplett durchnässt. Das heißt neues Wasser, das versickert kaum und fließt oberflächlich ab. Schon am Freitag zeigt das Wetterradar, dass es etwa südlich der Donau immer wieder brodelt und einzelne Schauer oder Gewitter unterwegs sind. Dabei halten sich die Niederschlagsmengen allerdings noch in Grenzen und nur eng begrenzt gibt es starken Regen. Zum Wochenende baut sich dann eine Luftmassengrenze zwischen der kühlen Luft im Norden und der heißen Luft über Südeuropa auf. Die Grenze verläuft knapp nördlich der Alpen und sorgt wiederholt für gewittrige Regenfälle. Nach dem jetzigen Stand sind davon erneut besonders die südlichen Teile Baden-Württembergs und Bayerns betroffen. Im großen Rest von Deutschland verläuft das Wochenende, abgesehen von ein paar Schauern im Norden, überwiegend trocken und freundlich. Bis anschließend Montag zeigen die Wettermodelle im Süden dagegen verbreitet Regenmengen über 30 Liter pro Quadratmeter, regional auch mehr als 50 Liter. Die Regenmengen sind zwar deutlich geringer als noch vor einer Woche, dennoch ist im Moment eigentlich jeder Regen zu viel. Denn selbst bei geringeren Regenmengen kommt es aufgrund der gesättigten Böden schneller zu Überflutungen. Auch in der kommenden Woche sieht es nicht nach einer Entspannung aus, denn es rauscht bereits ein neues Tief heran und bringt weiteren Regen. Behaltet also im Süden in den nächsten Tagen das Wetterradar sowie die Unwetterwarnungen gut im Auge. Wir halten euch über die Entwicklung der Wetterlage sowie über die Hochwassergefahr auf dem Laufenden. Ich bin Niklas Weise von WetterOnline.